So, jetzt ist unser Experiment. Wie lange sitzen wir jetzt hier in der Sauna? 20 Minuten. Schnitzt du? Nein! Schnitzt hier einer? Nein. Ich auch nicht. Ja, auch nicht. Okay, dann ziehen wir länger. 8 Kilometer noch. Guck mal, ich seh's doch gar nicht schwer, ey. Der spinnt, die Fenster kann man raus.